Das Büro Frankfurt wurde 2006 gegründet, damals mit fünf Partnern als Anfangsteam. Das hat sich sehr schnell weiterentwickelt, war sehr erfolgreich. Heute haben wir hier 35 Berufsträger am Standort auf sechs Etagen. Jüngst ist noch die Konferenzetage dazugekommen im 14. und 15. OG, in dem wir auch die Möglichkeit haben, sehr schöne Veranstaltungen für unsere Mandanten anzubieten. Es ist eine wunderbare Atmosphäre hier oben im 14. Stock. Gerade auch die Besprechungsetage im 15. Stock ist alles aus Glas. Es ist wirklich sehr schön, sehr transparent und sehr hell. Und man kommt wirklich sehr gerne zur Arbeit mit so einem tollen Ausblick. Ich erlebe, dass GVW einen hervorragenden Ruf im Bewerbermarkt genießt, sowohl bei Referendaren als auch bei Berufsanfängern. Das ist etwas, was mich motiviert hat, hierher zu kommen. Junge Leute haben hier gute Aufstiegschancen. Kollegen sind gerade jetzt auf der letzten Partnerversammlung. Da haben wir drei Partner aus einem Rhein ernannt. Ich war nachhaltig beeindruckt von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, von der Kanzlei, von dem, was ich so erfahren habe über die Kanzlei. Und ich habe mir gedacht, das ist eine tolle Möglichkeit für mich, einmal fachlich anspruchsvolle Arbeit mit einer guten Teamarbeit und einer sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre zu verbinden. Wir haben an sich Full-Service-Angebot, wie auch die ganze Kanzlei Graf von Westfalen Full-Service ist, was ich persönlich auch sehr schätze, weil man sich fachlich mit den Kollegen immer austauschen kann, wenn man Fragen hat, die eben über den eigenen Tellerrand hinausgehen. Ich schätze an Graf von Westfalen, dass es wirklich eine integrierte Sozietät ist. Es ist mir nicht nur gesagt worden, sondern das habe ich so erlebt. Und das habe ich jetzt auch in den sechs Monaten meines Hierseins so erlebt. Was heißt das konkret? Das heißt, ich kann bestimmte Projekte für meine Mandanten aus einer Hand präsentieren. Wenn eine Bank zum Beispiel ein Thema hat im Arbeitsrecht, ist immer auch der Datenschutz berührt, ist immer auch IT, IP berührt. Das kann ich hier mit guten Spezialisten auf Partnerebene bearbeiten, kann es dem Mandant schnell und effizient aus seiner Hand bieten. Das kann ich nicht nur sagen.